Liebe Freunde, Freunde, Freunde. Herzlich Willkommen zum Karneval der Empörten. Das sind wir. Wir sind laut. Wir sind zwar nicht viele heute, aber es sind das Stammpersonal, die die immer da sind. Und zwar die richtig guten. Ich sehe genauso schöne Kostüme wie im letzten Jahr. Sogar noch schönere, besser ausgearbeitet. Und ich sehe, die ersten Gruppen nehmen schon teil. Herzlich Willkommen, die Flying Bigs Brigade. Herzlich Willkommen, Anonymous. Und ein großes Dankeschön und ein herzlich Willkommen an unsere Freunde und Helfer, die unsere Demonstrationen beschützen werden. Was ja keine Demonstration ist. Wir sind ein Karnevalszug. So, ihr habt das ja schon mitbekommen. Unsere Route wurde um ein kleines bisschen modifiziert. Wir gehen nicht nach Westen, sondern wir werden unseren Blick nach Osten richten. Die Polizei hat uns mitgeteilt, dass unsere Route von militanten Baustellenbesetzern blockiert ist, die die Erde aufreißen und niemanden mehr durchlassen. Deshalb werden wir dem ja nun artverwandten Protestanten nicht im Wege stehen wollen und werden die andere Richtung einschlagen. Wir werden heute Richtung Schlossplatz laufen, schwadronieren, ziehen, Karnevalisten. Und werden dort unsere erste kleine Kundgebung starten. Wir werden so in 10 Minuten losgehen, um ein Viertel vor und wir dürfen den Bürgersteig benutzen. Das heißt, wir müssen uns nicht mit Autos rumprügeln. So, also in 10 Minuten geht's los. Danke, dass ihr alle hier seid in euren super kreativen Kostüm.